So erstmal herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar geht es noch mal um die E-Zigarette Q-Box Dark Raider Kit 80W und zwar zeige ich euch hier mal nochmal ganz in Ruhe den Zusammenbau also wenn ihr praktisch über Amazon bestellt habt dann bekommt ihr so ein Paket dann packt wir das aus und sieht folgendermaßen aus hier oben ist das Ladergerät drin und hier sind die ganzen Einzelteile. Dann nehmen wir das hier alles erstmal raus. Am Anfang habe ich mich auch ein bisschen schwer gestellt aber es ging dann. So dann haben wir hier die drei Sachen und hier ist praktisch ein Ersatz. So ein Keul. So ein Ersatzteil kann zum Beispiel später dann auswechseln. So dann haben wir hier praktisch drei Sachen. So eins, zwei, drei. So. Man macht folgendermaßen. So. Das Teil hier und das hier schraubt man praktisch einfach zusammen. Das kommt dann hier drin. Dreht ein bisschen. Und dann ist es eigentlich schon fast fertig. Aber ihr müsst folgendes noch machen. Falls ihr Teil hier nicht drin sein sollte. Aber müsste eigentlich dran sein. Mit der Seite hier. Also so. Das schraubt man einfach hier drin. So bei dem Video. Ähm. Ich durfte zwar schon dran geschraubt. So. Und dann praktisch einfach raufschrauben. Und somit wird eigentlich schon fertig. Und kann dann praktisch dann hier mit raufschrauben. Und dann. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Fällt eigentlich nur eine Sache. Man muss dann ähm. An der Seite dann. Das Liquid einfüllen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie wird es hier am besten. Machen. So. Und praktisch hier. So. Und praktisch hier. Bei dieses Teil hier. Was einzeln ist. Da an der Seite. Sind zwei so eine kleinen Ritzen. Und da kommt dann praktisch. Das Liquid drin. So. Schrauben wir mal. So. Und hier an der Seite. Einmal hier unten. Und einmal da oben. Da kommt das Zeug drin. So. Machen wir es mal schnell. So. So. Könnt ihr ruhig praktisch auch. Bis Anschlag füllen. Da passiert eigentlich nichts. So. Füllen wir es hier mal rein. Was haben wir hier? Blue Baby Ice Mint. Na ja. Klingt doch auch ganz lecker. So. So. Alle drin hier. Bis der schön voll ist. Man muss da genau gucken. Weil jetzt sieht man ganz schlecht eigentlich. So. Schauen wir mal. Na ja. Ein bisschen können wir noch. So. Müsste eigentlich. Ein paar drinnen sein hier noch. Ja. So. Dann schrauben wir mal praktisch hier wieder rauf. Ja. So. Und dann das ganze Teil praktisch hier mit raufschrauben. So. Macht er das hier fest. So. Und am besten hier hat er so eine Luftzufuhr. Die würde ich raten, äh. Auch immer offen zu lassen. Weiß doch mal was. Sein sollte. Ja. Lässt er das in Minute einziehen. Bis sich der Filter da voll gesaugt habt. Und sobald er voll gesaugt ist, könnt er eigentlich schon anfangen. Drückt er hier praktisch fünfmal rauf. Dann könnt er hier 30 Watt wählen. 60 Watt, 80 Watt. Und dann wartet eigentlich schon. Und dann könnt er praktisch direkt loslegen. Also 80 Watt ist voll ausreichend. Und dann könnt er euch so ein bisschen steigern. Aber sonst ist der Teil schon ganz ordentlich. Und dann könnt ihr euch doch mal das Unboxing Video angucken, wenn ihr möchtet. Verlinke euch auch nochmal. Leute bedanke ich mich fürs Zuschauen und Rennen gehauen. Ja. Verlinke euch über den Hüge. Da wir vom Hüge. Ja. 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 Vielen Dank.